Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bin mit mir ins Räume gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, Krips, was meinst Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt im nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind, bis zur Linie Richtenberg-Marlsdorf-Kartshorst genannt. Ich habe großes Vorhaben, die Deutschen wie mit der Welt. Keiner hat mich begriffen. Nicht einmal meine Ältesten mitkämpfer. Soffert! Himmler ist ein Verrücker. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Er wird seiner Schöpfung Untertitelung des ZDF, 2020 Das Leben vergibt keine Schwäche. 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 Das heißt, um einen. Das war's für heute. 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 What? Das war's für heute. 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 Ich glaube. Das war's für heute. 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 Was hat's für heute. Das war's 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 für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020